Peace, Freunde der gepflegten Investitionen. Es ist Montag, heißt hier gibt es natürlich wieder ein neues, knackiges, frisches Krypto-Video. Auf eure Woche hat gut begonnen. Heute wird es hier mal wieder ein Q&A geben. Ihr habt wieder fleißig Fragen gestellt auf Insta. Ich habe mir davon mal 5, 6 Stück rausgepickt und die beantworte ich heute. Zudem gibt es noch einen Gewinner am Ende des Videos. Wurde mir gerade hier irgendwo übers Ohr mitgeteilt. Es wird gemunkelt. Es hat jemand 100$ USDT gewonnen und darf hier natürlich dranbleiben. Am Schluss wird es aufgelöst und weil wir natürlich im absoluten Gönnermodus sind, wird heute wieder gegönnt. Heißt wir machen diese Woche 2x50$ USDT, einfach damit es mal 2 Gewinner gibt. Nicht wie die letzten Wochen 1x100, sondern wie gesagt 2x50$. Heißt für alle, die da mitmachen wollen, natürlich Video liken. Heißt erstmal Däumchen nach oben geben. Auch wenn ihr nicht mitmachen wollt, würde mich natürlich sehr sehr freuen. Und Kommentar schreiben, egal was. Und ja, Abonnent des Kanals sein ist klar. Würde aber sagen, wir starten mit dem Q&A und Frage Nummer 1. Und zwar, lohnt es sich jetzt noch zu investieren oder ist es schon zu spät? Die Frage aller Fragen. Ich meine, ich frage mich sowieso in letzter Zeit, warum so viele sich das fragen, ob es sich noch lohnt oder ob es zu spät ist. Ich meine, wir stehen aktuell, wenn wir mal auf BTC schauen, ihr seht es im Hintergrund, sagen wir einfach mal plus minus 65k$. Sprich, noch unter dem letzten Alltime High. Auch, ich meine, klar, wir hatten das letzte Alltime High jetzt schon mal ein paar Mal wieder knapp gebrochen. Ich meine, wir pendeln uns irgendwie seit Monaten gefühlt irgendwo zwischen 63k$ und 75k$ grob. Und ich meine, es ist halt einfach noch nicht sehr viel gegangen. Und bei den Altcoins sieht es ja noch deutlich positiver aus. Ich meine, schaut mal die ganzen Top-Kryptos durch. Egal, ob es jetzt ein Cardano ist, ob es ein WeChain ist oder ob es, whatever, ihr könnt das mit gefühlt 90% der Altcoins machen. Da sind wir halt einfach noch meilenweit von den ganzen Alltime Highs entfernt. Also ich meine, selbst wenn man jetzt überlegt, noch reinzugehen, ist es meiner Meinung nach besser, als den Bullrunnern sich vorbeiziehen zu lassen und dann bis in den tiefsten Bärenmarkt Jahre zu warten, um dann zu investieren, um dann, was weiß ich, in 5 Jahren irgendwann Kasse zu machen. Natürlich brauchen wir auch nicht drüber reden. Wäre es natürlich cleverer gewesen, irgendwie vor 15 Jahren zu investieren oder vor 8 Jahren zu investieren oder vor 2 Jahren zu investieren. Ich denke, das ist jedem klar. Aber so wird es halt einfach immer sein. Egal, also brauchen wir nicht nur auf den Kryptomarkt schauen, da können wir auch auf den Aktienmarkt schauen. Das ist halt einfach so. Wer abwartet, verliert auf lange Sicht gesehen. Fakt ist, BTC ist noch nicht bei 100k. Altcoin, Season, Altcoin Rallye haben wir bisher auch noch nicht gesehen. Also ist es auch noch nicht zu spät zum Investieren. Natürlich muss man immer, wenn man investiert, erstmal sich sagen, okay, ich setze mich jetzt mal vernünftig hin, mache mir einen Plan, gehe das Ganze ganz genau durch, lege meine Exits fest, sodass ich halt einfach dann nicht irgendwie komplett überfordert bin, wenn wir halt einfach am Peak sind im Bullrun und halt Emotionen dann einfach mit einem durchgehen, damit man einfach einigermaßen einen klaren Kopf behält. Aber die Frage für mich eher überflüssig, denn jeder, der Charts zu Hause hat oder einen Internetanschluss hat und auf CoinMarketCap oder wie auch immer auf irgendwelche Analyseseiten geht, dem sollte klar sein, es ist noch nicht zu spät. Also weiß nicht, warum da viele so in letzter Zeit irgendwie auf dem Trip sind mit, oh, ich glaube, ich gehe jetzt schon mal raus und oh, jetzt ist es vorbei. Ey, es hat noch nicht mal angefangen. Also weiß nicht, auf was für einem Trip die ein oder anderen sind oder ob die medikamentös völlig falsch eingestellt sind. Ich verstehe es nicht. Meiner Meinung nach ist es definitiv noch nicht zu spät. Wie gesagt, man sollte natürlich immer einen vernünftigen Plan haben, das Ganze mit Köpfchen einfach angehen und nicht einfach blind irgendwo reinzugehen. Das ist genau dasselbe bei, boah, wo war das letztens? Ah doch, Beercoin war das eine und noch zwei, drei andere Sachen, wo dann einfach mal extrem viel gegangen ist und plötzlich alle, soll ich jetzt noch rein, soll ich jetzt noch rein? Ah nee, genau, Resendit war das letzte Woche, wo ich das Video gemacht hatte und dann waren wir irgendwie nach 24 Stunden irgendwie bei 2x und dann auch alle, soll ich jetzt rein, soll ich jetzt rein? Ey, ihr habt doch das Video gesehen. Also die Leute, also wenn man vor hat reinzugehen, dann sollte man das wirklich instant machen und nicht noch abwarten und wenn dann was gegangen ist, ja, soll ich jetzt rein? Ja nee, du hättest davor reingehen sollen. Also nach so einem Anstieg dann erstmal nichts machen. Das ist immer besser wie dann blind nochmal im Endeffekt den ganzen Leuten, die dann Tage davor rein sind, das Geld in die Taschen zu spielen. Also immer ein bisschen nachdenken und um es kurz zu machen, es ist definitiv noch nicht zu spät. Kommen wir zur Frage Nummer 2 und zwar, welche Kryptos kaufst du auf Bitpanda? Also ich meine, es gibt auf Bitpanda mittlerweile, weiß ich nicht, 300, 400, 500 verschiedene Kryptos. Also es sind auf jeden Fall einige mittlerweile dabei und natürlich gibt es auch sehr, sehr viel Schwachsinn. Also bin ich auch ganz ehrlich. Es gibt sehr, sehr viele gute, vereinzelte, aber auch sehr, sehr viel Müll, in den ich auf jeden Fall nicht investieren würde. Aber gut, das hat jede Exchange so an sich. Ist nichts gegen Bitpanda. Wie gesagt, ich bin auch Partner von denen, darum geht es überhaupt nicht. Aber es gibt schon auch einige spannende, die ich jetzt auch in letzter Zeit investiert habe, die ich euch mal nennen kann, um mal ein paar zu nennen, die erstmal No-Brainer sind, würde ich sagen. Hedera Hashcraft, also H-Bar, finde ich extrem stark. Dann haben wir aber auch Klassiker wie Fetch AI, also FET, weil ich meine, KI wird höchstwahrscheinlich diesen Bullrun weiter durch die Decke gehen und meiner Meinung nach auch so der Bereich sein, der mit am meisten performen wird. Einfach, weil es auch noch neu ist für die Leute. Für viele ist das ja noch viel, viel abgespaceder, wie es eigentlich ist und von dem her auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Sektor. Sonst, Ocean Protocol, finde ich auch auf jeden Fall, ist ein starkes, vernünftiges Projekt. Dann haben sie aber auch kleinere Projekte auf der Plattform, wie zum Beispiel Travala, also Travala.com, AVA. Kennen viele auch hier noch vom Kanal, sind ja in der Reisebranche angesiedelt. Für alle, die noch nie was davon gehört haben, checkt es einfach mal ab, schaut es euch mal an. Da sind meiner Meinung nach auch gerade so die Einstiege nicht ganz verkehrt. Also ist auf jeden Fall auch ein Projekt, das wir hier auf dem Kanal schon seit drei Jahren oder so verfolgen. Und was natürlich auch noch extrem durch die Decke geht aktuell, sind natürlich Meme-Coins. Ich meine, jeder, der sich so die letzten Wochen, Monate ein bisschen mehr mit Krypto beschäftigt hat, dem wird aufgefallen sein, dass die Meme-Coins extrem durch die Decke gehen. Bestes Beispiel ist ja ein Bier-Coin zum Beispiel. Haben vermutlich alle mitbekommen. Ich meine, ihr wisst, ich bin jetzt kein riesen Meme-Coin-Fan und rede auch auf YouTube relativ wenig davon. Aber gut, die Prozente lügen halt nicht und da könnt ihr euch sicher sein, dass ich da natürlich dann auch den ein oder anderen Euro investiere, auch wenn ich jetzt, ja, wie gesagt, halt nicht so der Fan einfach davon bin. Auf jeden Fall gibt es auch einen relativ spannenden auf Bitpanda selbst. Könnt ihr euch sehr, sehr gerne mal anschauen und zwar Ben the Dog. Also denke ich jetzt mal, ist noch nicht hoch und runter erwähnt worden, ist der Mitgründer von Solana am Start, beziehungsweise hat das Ganze ins Leben gerufen, nämlich Anatoly Jakovenko, werden höchstwahrscheinlich die meisten kennen. Dort habe ich auf jeden Fall auch ein bisschen was investiert. Guck mal, was die nächsten Wochen, Monate passiert. Für mich halt erstmal cool, dass, ja, einfach ein Name dabei ist, den man kennt. Das ist für mich halt so immer irgendwo Priorität. Auch wenn ich jetzt kein Meme-Coin-Fan bin, wenn ich dann in sowas investiere, dann muss schon irgendwas einfach stimmig sein oder irgendwas muss mich ansprechen, damit ich es einfach, ja, interessant halt finde. Und bei Ben the Dog fand ich das ganz cool. Und gibt es halt auf Bitpanda, so ist natürlich einfach eine vernünftige Exchange, der man auch vertrauen kann. Das sind lizenziert im Dachraum in Deutschland, Österreich, Schweiz, etc. Und von dem her, für alle, die das interessiert, ist natürlich auch ein Partner von mir, deswegen kennzeichne ich es mit Werbung. Aber könnt ihr sehr, sehr gerne vorbeischauen. Erster Link in der Videobeschreibung gibt es alles auf Bitpanda. Das zu der Frage. Nächste Frage. Kann deiner Meinung nach XRP 10.000 Dollar erreichen? 10.000 Dollar. Also ich meine, ich habe erst vor ein paar Tagen einen Artikel von einem Analyst gelesen, der prognostizierte, dass XRP innerhalb von, ich weiß es nicht genau, 1, 2 oder 3 Monaten irgendwie auf 150 oder 200 Dollar steigen soll. Ich meine, ich weiß nicht, was ich groß dazu sagen soll. Fakt ist halt, wir haben bei XRP bereits massiv Kapital und da wird niemals innerhalb von einem, 2 oder von 3 Monaten so ein massiver Anstieg passieren. Wir können gern über Preise von mir aus auch im höheren zweistelligen Bereich diskutieren. Und das dann aber auch irgendwie auf die nächsten 10 Jahre. Aber bei 10.000 Euro hört es halt irgendwo auf. Also keine Ahnung, ob da draußen wirklich Leute sind, die das glauben. Meiner Meinung nach wirklich komplett daneben und kann ich mir definitiv nicht vorstellen. Nein. Gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Was ist so das Höchste der Gefühle, was ihr euch bei XRP vorstellen könnt? Weil keine Ahnung, ob das dann irgendwie Leute sind, die da irgendwie 50 Euro reingeballert haben und dadurch dann hoffen, dass sie irgendwie raus aus dem Hamsterrad kommen. Ich weiß es nicht. Aber ey, da müssen wir echt mal ehrlich zu uns selbst sein und einfach mal sagen, du, die Chance liegt bei 0,0000001%, dass XRP irgendwann mal 10.000 Dollar erreicht. Und also während ich auf der Erde bin, wird das höchstwahrscheinlich nicht passieren. Kommen wir zur nächsten Frage und zwar in was würdest du 500 Euro heute investieren? Also wenn ich 500 Euro jetzt sofort investieren müsste, also ich sage mal mit dem jetzigen Portfolio, würde ich die definitiv in High Risk Zockerprojekte einfach reinknallen. Einfach weil ich halt schon relativ breit aufgestellt bin und für mich würde es jetzt keinen Sinn machen, das dann irgendwie in BTC einfach reinzuknallen. Da wäre für mich persönlich halt einfach der Profit zu niedrig. Aber ich weiß es natürlich nicht, was die 500 Euro für dich bedeuten. Es ist alles, was du hast. Hast du nebenher schon irgendwie ein paar 100k Krypto-Portfolio. Das ist natürlich immer wichtig zu wissen. Aber um mal ein paar zu nennen, die ich stark finde. Also ich finde XDC, also XINFIN Network extrem stark. Natürlich hat man jetzt auch schon auf YouTube das ein oder andere mal gehört. Aber es ist meiner Meinung nach halt noch deutlich, deutlich mehr drin, wie für die ganzen Top 10, Top 15 Krypto-Projekte. Und ich meine so ein richtiger Hype oder einen richtigen Hype hatte das Projekt halt bisher noch nicht. Und von dem her, ich bin sehr gespannt, was diesen Bullrun bei XDC abgeht. Sonst, wenn du halt eher irgendwelche kleineren Projekte willst mit 500 Dollar. Dimitra, also DMTR, finde ich mega, mega spannend. Und gerade auch, weil es halt so, ich sag mal, Agrartechnik oder Agrar-Rubrik sich so befindet. Ist halt auch was, was so ein bisschen raussticht und was jetzt nicht jedes Projekt halt so auf dem Schirm hat. Heißt, das liest du auch nicht bei jedem Projekt einfach. Und ist dann natürlich trotzdem noch gepaart mit KI, mit künstlicher Intelligenz und so. Von dem her, spricht mich persönlich halt an. Ob es dich anspricht, ist natürlich immer was anderes. Sonst, klar, Klassiker, Chainlink, Link, macht man meiner Meinung nach nicht viel falsch mit. Aber es ist natürlich immer Geschmackssache. Weil ich finde, jeder sollte echt schauen, auf was er Wert legt. Was es dann in der Branche für Projekte gibt. Und für dich dann einfach das Schlüssigste aus dieser Kombination zu wählen. Weil ich sag's immer wieder, es macht halt nicht so viel Sinn, irgendwie blind auf Krypto-YouTuber zu hören. Weil die stehen halt oftmals finanziell schon an einem anderen Punkt wie man selbst. Also es soll jetzt überhaupt nicht abwertend oder so klingen. Aber es ist genauso, wie wenn ich jetzt zum Beispiel mir irgendwelche Finanztipps von Bill Gates oder so reinziehe. Das bringt mir persönlich halt einfach relativ wenig, weil der Typ auf einem komplett anderen Film ist wie ich. Ein komplett anderes Kapital hat. Also der Typ ist einfach ganz woanders. Und die Dinge, die er im Kopf hat und in die er investiert, davon kriege ich erstmal nichts mit. Da kann ich vor allem nicht mit investieren. Und deswegen finde ich, sollte es immer erstmal Priorität sein, sich selber hinzusetzen, sich selber schlau zu machen, selber zu recherchieren. Die Zeit einfach nach der Arbeit zu investieren in seine finanzielle Bildung auch. Und da dann halt einfach Stück für Stück irgendwie seinem Ziel näher zu kommen. Weil von heute auf morgen passiert sowieso nichts. Und ja, einfach irgendwie blind von irgendwelchen Kanälen was nachmachen. Bringt halt auch nichts. Man kann sich immer so irgendwie, ich sag mal, mehrere Meinungen einholen. Und ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie 15 YouTuber hast und 14 reden bei einer Thematik irgendwie über dasselbe, dann kann man sich ja so seinen Mehrwert davon irgendwie mitnehmen. Aber wichtig halt echt immer sein eigenes Bild machen, sich selbst hinsetzen und niemals aufgrund von irgendeinem Video eine Finanzentscheidung zu treffen. Also finde ich ganz, ganz wichtig. Kommen wir zur nächsten Frage und zwar, wer bestätigt die Blöcke, wenn alle Bitcoin geschürft sind? Ja gut, ich meine, es werden dann, nachdem alle Bitcoin geschürft sind, trotzdem weiter Blöcke im Bitcoin-Netzwerk bestätigt. Weil die Miner ja trotzdem weiter Transaktionen verifizieren und neue Blöcke generell der Blockchain hinzugefügt werden. Heißt, selbst wenn keine neuen BTC mehr als Belohnung für das Mining ausgegeben werden, erhalten die Miner Transaktionsgebühren von den Benutzern. Einfach als Anreiz, um die Arbeit weiter fortzuführen. Und sobald eben der letzte BTC geschürft wurde, werden die Gebühren automatisch zur Haupteinnahmequelle für die Miner. Sprich, die Miner haben eigentlich die primäre Rolle, weil sie das Netzwerk sozusagen absichern. Also auf jeden Fall dazu würde ich aber sagen, wir kommen zur sechsten und letzten Frage und zwar XRP Settlement Incoming. Also das letzte, was ich mitbekommen habe, ich glaube dazu hatte ich auch mal ein Video gemacht, war, dass es Quartal 3, sorry, dass es Quartal 3, 24 zu einer Einigung kommen soll. Aber gut, ich meine, wir haben ja eigentlich gefühlt in jedem Quartal eine neue Meldung, dass es im nächsten Quartal dann endlich eine Einigung gibt. Deshalb gebe ich da auch in letzter Zeit nicht mehr ganz so viel drauf. Ich könnte mir nur gut vorstellen, dass es weiterhin halt einfach künstlich in die Länge gezogen wird. Denn ich sage es immer wieder, durch die ISO 20022 Thematik wird XRP sowieso erst frühestens Ende 2025 interessant, eher dann in den Folgejahren, also 26, 27 und dahinter. Deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass sie es weiterhin einfach immer mal wieder verschieben, die Leute so ein bisschen bei Laune halten, wobei es langsam schon ein bisschen kritisch wird, um einfach aber auch noch mal mehr Leute aus dem Markt zu spülen und vielleicht so weit, dass der Kurs auch noch mal irgendwie 10, 20 Dollar Cent fällt, damit dann die Leute wirklich komplett durchdrehen, um dann auch noch mal verschiedene große Institutionen dann auch noch mal einsteigen können mit ihren Milliarden. Aber du, schauen wir mal, ich meine, ich bin sowieso investiert, ich habe 0,0 Zeitdruck, ich werde definitiv meine XRP nicht verkaufen, bin aber gleichzeitig auch zuversichtlich ohne Ende. Trotzdem werde ich jetzt natürlich keine 10.000 Dollar bei XRP sehen, also ich glaube, da sprechen wir alle dieselbe Sprache, aber gut, gucken wir mal, ich glaube, keiner von uns kann die Frage beantworten. Schauen wir mal, wenn es passiert, bin ich natürlich auch happy, falls es sich noch ein bisschen verzieht. So, wie gesagt, passiert, gibt auf jeden Fall Schlimmeres, aber es gibt aber auch Besseres, nämlich den Gewinner der 100 Dollar USDT. Sollen wir den mal eben ziehen, habt ihr Bock? Dann schauen wir mal, wer die 100 Dollar USDT gewinnt. Pick a Winner in 3, 2, 1, go. André Alvarez, 2, 6, 7, 4. Gestern 2K reingehauen, heute einfach 2X. Haha, bester Mann Dave. Auf jeden Fall ein dickes GG an dich. Erst machst du hier mit WeSendet richtigen Reibach und jetzt nochmal hier mit dem Gewinnspiel. Also, wie gesagt, auf jeden Fall Glückwunsch und melde dich in den nächsten 1, 2, 3, maximal 4 Tagen bei mir per Insta oder per Telegram oder sonst was. Dann schicke ich dir das instant durch. Das aber mit dem Video für heute, wie gesagt, für alle, die mitmachen wollen beim Gewinnspiel. Einfach Daumen nach oben dalassen, Kommentar schreiben und natürlich Abonnent des Kanals sein. Sonst hoffe ich natürlich, dass ihr das deutsche Nationalteam genauso anfeuert wie ich bei der EM. Drückt auf jeden Fall die Daumen, wir gewinnen das Ding. Und in diesem Sinne bin ich raus, haltet die Ohren steif und bis bald. Peace, peace. Peace.